2. März, heiliger Agnes von Böhmen, Konfetti aufrollen. Okay, da scheint irgendwie ein großes Fest zu sein. So, das Konfetti schmeißen wir da auch mal raus. Warum auch nicht? So, noch irgendwo mehr Konfetti? Ich will mehr schmeißen. Nö, irgendwie doch nicht. Nun, dann hauen wir wieder ab. Vielleicht können wir ja nach draußen gehen und da so ein bisschen mitfeiern bei den Festen. Feste soll man nämlich feiern wie der Fein. Oh scheiße, ich war noch gar nicht fertig. Ups. Hab ich wohl irgendwo was vergessen. Naja. 7. März, die heiligen Perpetua und Felicitas wertvolle Dinge beschützen. Was? Die Armee hat sich zurückgezogen. Aber es ist verrückte auf den Straßen. Die Leute hütteln in der Türkei. Aber jeder hat eine andere Sache. Es ist Chaos. Wie so lange. Das ist Chaos. Wenn ihr eine andere Sägeber. Die Sägeber hat sich nicht mehr hällt. Das ist ihr Präsident. Generalissimo Ricardo Miraflores. Das ist die Sägeber. Der Regime ist Mikaelin auf die Gäste. Die Regime ist der Infosverhalten. Oder. Nein. Vielleicht sind sie der Spiele ausgesagt. Ist es geschlossen? Wir haben sie gespielt? Wir haben gewinnen? Wie geht? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Sie haben den Palast getroffen. Ich setze mich erstmal hin. Kannst cool bleiben. Das Gute an dieser andauernden Belagerung ist, dass die Miraflores keine Zeit... ...hat über die Interessen im Todestrakt nachzudenken. Ah, vielleicht ist unser Bruder ja dann doch noch nicht... ...ganz abgeschrieben. Was soll ich denn jetzt machen hier? Puh, schwor. Ich laufe hier nochmal so ein bisschen hin und her. Schau mal, was hier oben geht. Auch nicht gerade viel. Deswegen, ähm... Puh, schwor, ho, ho, Mensch. Ich kratze mir da erstmal an der Nase. Und, äh, schwor. Ich laufe hier nochmal rum. Sonst würde ich nämlich, äh, arg überfragt, was sie jetzt gerade noch machen sollen. Ich würde dann einfach nach Hause gehen. Denn der Palast ist getroffen worden. Oder kann ich jetzt vielleicht, äh, durchs Teleskop schauen und da passiert irgendwas Tolles? Okay, bewegt Teleskop. Okay, wir sind fertig. Haben wir also da jetzt einfach nochmal hingestellt. Hm, okay. Habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Achso, vielleicht wegen der Spiegelung, dass ich denke, oh, Hilfe, das ist ein Angreifer. Den müssen wir zerbomben. Was weiß ich denn? Ich hau jetzt erstmal wieder ab. 14. März, Heilige Mathilde. Zeitungen verbrennen. What drives President Miraflores? Er ist nicht steppend. Wenn ich so, würde ich ihn faceieren. Ich würde es schreien für alle, die wir verloren haben. Für alle, die Dinge, die sich in die Asche verletzt haben. Ich würde es schreien durch ihn mit meinen Schreien. Wie lange wird dieses fucking Drag-On? Bearbeitet Brief. Anarchistin. Alter, man sieht ja kaum noch was. Hier so, wo sind die Zeitungen denn? Die hier werden das wohl nicht sein. Hier werden das wohl nicht sein. Oh, man sieht ja kaum noch was hier. Oh, ist das rauchig. Oh, ist das rauchig. Oh, ist das rauchig. Oh, ist das rauchig. Verräter? Puh, ich weiß jetzt nicht, was das genau gebracht hat. Ich kann es nicht, dass ich das Spiel einfach überhaupt nicht richtig verstanden habe oder irgendwie was total falsch gemacht habe. Könnt ihr mir denn auch gerne mal in die Kommentare schreiben? Wenn ich wirklich irgendwas falsch gemacht haben soll. Maria, Verkündigung. Tischdecken, warten, bis ich nach Hause komme. Feuer werden immer noch in der Stadt verbraten. Wir decken einfach mal Pauschal für zwei. Okay, so, warten, bis er nach Hause kommt. Da können wir schon mal die Gerz anzünden. Die Küche ist nicht offen. Das Arbeitszimmer ist nicht offen. Können wir uns gleich nochmal hinsetzen? Ja. Was? Ja. Das macht mir schon ein bisschen Angst, wenn so der Schatten... Ah, hier, schöne Musik. Geile Musik. Das ist ein Triumph. Hier fällt mir super. Das sind aber hundertprozentige Probleme mit der GEMA geben. Aber ist mir erst mal egal. 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 Ist mir egal. So, jetzt müssen wir irgendwie die Zeit rumkriegen. Wir sollen ja warten, bis er nach Hause kommt. Können wir schon mal anfangen zu essen? Anrufen können wir den auch nicht? Ich verstecke mich einfach hier. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, da komme ich ja nicht mehr raus. Okay, vergeht die Zeit jetzt ein bisschen schneller. Puh, Mensch. Es vergeht ja unglaublich schnell, die Zeit hier. Sonst gehe ich gleich einfach in den Aufzug. Ist aber schuld. Oh, was ist das denn? Das haben wir noch gar nicht zum Leuchten gebracht, ne? Oh, schön. Das sieht ja richtig gut aus. Alter, das Ding würde ich mir sogar zu Hause hinstellen. Tee, es passiert also immer noch nicht besonders viel. Gut, dann. Oh, Kopfhörer aufsetzen. Passiert da jetzt noch irgendwie was? Gut, die Kopfhörer sieht man so auch nicht. Achso, die sind schon wieder abgesetzt worden. Ja, ich schaue jetzt einfach mal den Aufzug und schaue, was passiert. Das tut mir all too long hier. So, weiter. Fertig. 26. März. Ah, wir scheinen wohl hier gepennt zu haben. Da scheint noch einer zu schlafen. Okay, also wir haben hier anscheinend gepennt. Ah, und es vergeht also keine Zeit. Dann wollen wir doch noch mal unten nachschauen. Oh, das ist anscheinend alles offen. Wir machen erst mal Kaffee. Oh, es ist vorbei. Ich will sing. Es ist gar nicht so real. Ortega hat mir gesagt, Miraflores zu steigen. Also sind wir uns auch auf Bord, um nach einem anderen Aufpolsterne zu sch deuben. Unsere Schweiz sind auswählen, die Menschen über die Bordern, um Hilfe zur Hilfen und der Aufmerksamke Sache zu helfen. So, jetzt müssen wir die Feuer nachdenken, während wir uns in andere auch ständig zusammengefahren. Wir versuchen, das genau wie es war, und das, wie es könnte haben. Und wir arbeiten, um zu behalten zu, was wir gewonnen haben, für so lange es dauert. Praise the Virgin, für sie ist gegründet. Ein neuen König wird kommen. Wow. Oh, 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 oh. Sunset wurde von Tale of Tales erstellt. Design und Leitung von Oriahari und Michael Salmon. Musik komponiert und produziert von Austin Venturi. Sound von Chris Forth. Stimme von Tina Marie Murray. Animationen von Laura Ryan Smith. 3D-Modell und Texturen von Oriahor Howey, Teresa Schlag, Niklas Roth. Josef Silverman, Lucy Viace, Senorita Y-Anonym. Programmierung von Michael Salmon. Das ging zu schnell. 2D-Grafiken von Oriah Howey, Lucy Viace, Stacy Deanna Clarke, Terrence Torment. Zusätzliche Grafiken von Yoko Rabbit, Sunny Givens. Alter. Wett, dann lasst ihr jetzt an euch Zeit, ne? Boah, der Sound ist schon wirklich geil. Zusätzliche Stimmen von Augustin Cordes als Gabriel Ortega. Beratung zur Leitung von Laith Alexander. Marketing von Heli Urius und Louis Stanby Beef Jake. Militärische Beratung von Barry Davis. Text von Mikael Samien, Senor X. Vocal Solos und Songtext von Mula K. und Laurel Irwat. Klassische Sopran-Solos von Holy Siddulos. Gitarren- und Mandolinensolos von Tom Strahle. Trompetensolos von Chris Tedesco. Schlagzeich-Solos von Envy Gordi. Zusätzliche Gitarren und Arrangements von Alex und San. Alexis und San. Orchestrale Aufführungen von dem Mazedonier Radio Symphomix. Orchester-Orchester-Fassung von... Kann ich gar nicht mehr lesen, dachte ich mir ein bisschen unkomisch gemacht. Im Auftrag von Lorenz Kupitz-Technisier von... Das ist scheiße zu lesen, ja. Trader, Melantis, Steven Pell, Alter, das sind gar nicht zu viel. Das ist ja nur alles vor. Das hätte ich lieber noch mal ein Schluck. Das war ein komisches Gefühl, dieses Spiel zu spielen. Denn wir haben den Aufstieg und den Fall, wenn ihr das richtig verstanden habt, eines Diktators miterlebt in kürzester Zeit. Ohne da wirklich einzugreifen, sondern das halt nur als außenstehende Person miterlebt, die ganz normal ihr Leben weitergelebt hat und zur Arbeit ging. Und wir wissen ja auch nicht, ob unser Bruder, der dann in der Revolutionsarmee war, ob der überlebt hat oder nicht. Das, ich denke mal, da muss man ein, zwei Nächte auch noch drüber schlafen, um das auch wirklich richtig zu verstehen. So, und das jetzt. Das ist ein schöner Anblick. Passiert aber gerade gar nichts. Okay, wir können immer noch ranzoomen, aber sonst. Gut, wir können uns also auch noch hinkrouchen. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, wow. Okay, wir gucken uns die nochmal. Alter. Schauen wir so nochmal kurz um. Vielleicht können wir den Haushälter ja doch nochmal irgendwie vor die Linse kriegen. Das wir einfach nochmal kurz Hallo sagen. Nee. Weil anscheinend ist das Spiel jetzt wohl vorbei. Oh, das strahlt ja ganz schön. Gut, wir können es auch nochmal hinlegen. Gäste dusche. Und können hier so nochmal aus dem Fenster schauen. Und passiert aber auch nichts weiter. Tja. Ich glaube, das Spiel ist vorbei. Kann es jetzt aber auch halt so nicht genau sagen. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass das vorbei ist. Und zwar gehe ich stark davon aus. Denn wir hatten ja auch schon den Abspann. Komisch, wa? Ach, das Arbeitszimmer. Eine tödliche Waffe. Achso, weil wir da vielleicht das Richtige hingefaxt haben. Das kann natürlich auch gut sein. Dass wir den ganzen... Dass wir da vielleicht... Alles... Irgendwie auch so eingeleitet haben, oder... Ja, ich weiß nicht so recht. Was machen wir denn jetzt? Ist das Spiel jetzt vorbei? Ist das nicht vorbei? Ich weiß es nicht. Es ist doch fast vier Stunden. Na gut, ja, ich weiß es... Ach, wir können doch mal eben zum Aufzug gehen. Vielleicht können wir den ja rufen und einfach abhauen. Gucken, was passiert. Okay, neu starten. Das heißt, es ist also wirklich vorbei. Beenden. Ja, dann sage ich einmal recht herzlichen Dank hier fürs Zuschauen. Und, ähm... Ja, vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder, oder... Ja, keine Ahnung. Bis dann! Haut rein! Bis dann! Bis dann! Bis dann!